Apple stellte auf seiner September-Keynote zunächst die bereits seit Monaten erwarteten Dienste Apple Arcade und TV Plus vor. Während die Spiele-Flatrate ab dem 19. September verfügbar ist und mit mehr als 100 Games startet, sind die ersten Serien des Streaming-Dienstes von Apple ab dem 1. November zu sehen. Weitere sollen monatlich folgen. Beide Dienste kosten knapp 5 US-Dollar, die Euro-Preise sind noch nicht bekannt. Nach diesen neuen Diensten stellt Tim Cook mit dem Einstiegs-iPad die erste Hardware vor. Das günstige Tablet ist nun 10,2 Zoll groß, funktioniert mit dem Apple-Pencil der ersten Generation und startet bei 379 Euro. Auch eine neue Apple Watch gab es zu bewundern. Die neue Series 5 besitzt ein Always-On-Display, einen integrierten Kompass und ist nun auch in einem Titan- oder Keramik-Gehäuse verfügbar. Die Smartwatch von Apple kostet ab 449 Euro. Natürlich wurden auch neue iPhone-Modelle vorgestellt. Zum Glück räumt Apple bei der Namensgebung auf und nennt das neue Einstiegs-iPhone schlicht iPhone 11. Das Modell kommt mit zwei Kameras, dem A13 Bionic-Chip und ist in sechs Farben verfügbar. Das neue Top-Modell trägt nun die Bezeichnung iPhone 11 Pro bzw. in der großen Variante iPhone 11 Pro Max. Diese Geräte besitzen drei Kameras und können, eine Drittanbieter-App vorausgesetzt, sogar mit allen Kameras gleichzeitig Videos aufnehmen. Auch das iPhone 11 Pro ist in vier Farben erhältlich.